so und damit herzlich willkommen hier zum nächsten part von gta 5 im story modus ich muss dazu ganz kurz was erklären ich hatte diesen part der jetzt kommt schon mal aufgenommen und als ich den rendern wollte habe dann festgestellt dass die datei leider fehlhaft war und deswegen müssen wir die noch mal wiederholen und müssen hier so ein bisschen zusammen schustern wir sind jetzt aber ungefähr da ich habe noch mal nachgeschaut wir den partner anfangen wollten wir haben den prototypen verdrahtet und sind jetzt bei uns zu hause und gehen jetzt zum fernseher und die mission danach müssen wir uns dann auch einmal auch noch in der wiederholung dann hin und hauen und dann haben wir zumindest die mission gesehen nur nicht dass ihr euch nicht wundert wenn das jetzt nicht so hundertprozentig hinkommt hier dann wechseln wir den kanal das sieht mir sehr nach der pressekonferenz aus und dann haben wir mal der dinge dort kommen mögen ja das ist äh super Wir können immer wieder Watch Dogs spielen, wenn wir da rein. Hm, mal gucken. Yes, I see me the same, my friend. Peak Pride Populate. I am absolutely bright. Zum, äh, undocken. Dock, 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 dock. Okay, mein Freund. Dann rufen wir ihn doch mal an. Mr. Norris. Oh, hold on a second. I think someone's trying to dock with me. Oh, so much. Das war's. Oh, Jesus. Wow. Let's... Wow. Tja, das war ja keine so erfolgreiche Pressekonferenz, möchte ich behaupten. So, damit haben wir die bestanden. Naja, 50% weiter. So, und dann müssen wir uns die Mission raussuchen, die danach kommt. Also nicht wundern, dass das jetzt hier gerade nicht in einem Fluss weitergeht. Im Laden hier. Du hübsche. Äh, kann ich die von vorher noch mal sehen? Ja, da, das ist erst später. Da jetzt gar nicht so genau hingucken. Ja. Da kommen wir später zu. So, dann brauchen wir jetzt noch mal diese Mission. Auswählen. Ja. Und dann sind wir wieder quasi zurück. Im Spielfluss. Mehr oder weniger. Das ist doch ein Leben. Michael versteht es zu leben. Ihn. Sie sind nicht mehr so schön. Sie sind nicht mehr, sondern дети. Sie sind leer, nicht mehr. Ich habe nicht mehr. Wer sind wir? Die Mache sind eine белige Unterteile? Nee, wirklich? Ich habe immer noch den Schlag. Das war der. Immer wieder gehen! Das ist so gut für den Schwinen. Werden wir denn? Hallo? So, was hast du davon? Ja, nein. Ach so. Mach Felix-Sieh-Videos, ey, ich meine... Great, danke für die fucking Gelegenheit, Dad. Das bedeutet viel. Warte. Ich versuche nur, dir zu helfen. Nun, nichts sagt, dass ich dich liebe, als ich meine fucking TV schraube. Nichts überhaupt. Ach, das tut mir doch leid. Entschuldigung. Ich wünsche nur, dass wir zusammen Dinge tun können. Ja, was Dinge? Ich weiß nicht. Äh... Geh für Wände. Spielball. Du weißt, ich habe schlechte Gäste. Bike-Ride, dann. Bike-Ride? Willst du auf eine fucking Bike-Ride gehen? Ja. Okay, okay, wir gehen auf eine fucking Bike-Ride. Äh, bitte? Warum sagt ihr ausgerechnet da, ja? A Bike-Ride along the Spoochy Beach? Okay, Dad. Ich habe nur das Ding zu zeigen. Okay. Das Ding war so gut, bis du kamst, du kennst. Du kennst das? Ja, das ist ein Glück. Das Ding war so gut, bis du kamst, du kennst. Du kennst das? 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 Und wer weiß, was sie tun würden, wenn sie mich gefunden hätten? Aber ich habe nicht erwartet oder wollte, sie zu getötet werden. Du denkst, ich werde einige Leute rausgehen? Du kennst das? Ich wusste, du war ein schlechter Mann, aber... Oh, ein schlechter Mann. Ein Krook, ein Kiefer, ein Thief, ein Lüge... Ich denke, ich bin alle diese Dinge, eine Stunde oder andere. Gern? Es ist nur... Was? Was? Ich habe immer gedacht, ich war der guten Mann. Gott, hilf dem Morley-Bankrepp-Planet, die unsere Generation hat uns gelegt. Wenn du der guten Mann. Ja. Insofern... Ich wusste immer, dass du den typen Mann, der nicht lässt andere Menschen in den Weg, aber... ich habe nicht gesehen, das zu passieren. Ja, naja... Das ist mir, Jim. Und ich habe versucht, mein Bestes zu bekommen, die Dinge unter Kontrolle für die letzten 10 Jahre. Aber das war eine extremste Situation. Und ich hatte zu tun. Ein normaler Mann hätte das gemacht. Ja, naja... Ich hatte zu. Um zu schützen. Ja. Du sagst dir das. Wenn du siehst, wenn du siehst, wenn du siehst, wenn du siehst, siehst du siehst, wenn du siehst. Hier sind wir. Das ist der Bic-Rentale-Bic-Bic-Bic-Bic-Bic-Bic-Bic-Bic-Bic-Bic-Bic. Was? Oh. Mein. Gott. 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 Hallöchen... Äh, ja, Fahrrad fahren. Ich finde schade, dass man nicht so ein bisschen mit den Fußgängern sprechen kann. So, komm rauf. End of the pier, fine, but if you lose, you're going to do something with your life. I'm doing the work here, fatso. I'm being hypnotized by your wings flapping. Bring, ring, bring, ring und klatschen. Don't give up, even though you lose it. I'm schon wieder nah dran. My body isn't meant to work like this, but I'm making it to beat you. Now, let me think, what am I gonna do with all that spare TV and running? Ring, 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 ring. Täuschend echte Fahrradklinge. Ring, 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 ring. Vorsicht! Achtung! Aieieiei, scheiß Dreck. Nach hin! Ja, wo geht das hier lang? Da ruht mich leider nur ein, der Typ. Also, mein Sohn. Der Typ ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck für meinen Sohn. Ring, 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 ring. Ring, 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 ring. Ding, ding. Ja, ja, mit so einem Ofen. Du weißt, das ist echt nett, Vater. Bistig, gute Zeiten. Ja, ja, ich werde das beste. Komm, wir haben Spaß, richtig? Du wirst nicht Spaß, wenn es auf der Gesicht standt. Ah, komm. Ich meine, warum muss ich auf deine Hand durch diese ganze Krise-Krisis-Krisis-Krise-Krise-Krise-Krise-Krise-Krise? Hallo? Du wirst nicht mit deinem Sohn zu sprechen. Ich bin's überraschend, aber das ist wahr. Ich meine, in der Herzen auf ihrer Life Invader-Krise, sie ist mit Producern und Pornos-Kriseschern. Was du wirst? Eigentlich ist es gerade da drin. Was? Das Boot, der du wie einen Krieg aussehen sieht, wie ein Refügeer-Krise. Du weißt den typen Boot. Der, der, der eine Kindheit-Krise-Krise-Krise-Krise-Krisek-Krisek-Krisek-Krisek-Krisek-Krisek-Krisek. This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck! Dad, wait! Look, if you do go... Ich komme, mein Baby, ich komme! Ich hole dich da raus! Ich hole dich da raus! Crazy. He is pubby. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. What? Yeah. Isn't it awesome? Let's go. You think I do it? No! Shit daddy! What are you doing now? Hey! I like this! You're such a jerk! Come on! Daddy you dumbass! I'm your daddy! I'm your papa! I'm your papa! Oh! Motherfucker! Get on! Now! I'm about to sting you alive! God damn it! Go! Shit! They're coming after us! Go into the outlet! Alright! Alright! You're upset! Look, they're shooting at us! We'll lose them down here! Who the fuck are these people? Oh you know! TV people, celebs, serious drug dealers! Well since when the TV people and drug dealers start hanging out? Komm schon, Dad! Es ist Los Santos! Du gehst zu Hicke, du psychos! Geh, Papa! Wo ist die Tür? Wie ist Camping uns zu lösen? Back off, assholes! Hey, Turtbuckets! Wenn du uns töten, dann werden wir in den C-Sharp getrennt werden! Okay, komm an! Let's go! Geh weg, bevor mein Vater dich töte! Dad, du hast einfach ihn töten! Pfff! So, wenn du es abholt, dann wird es auch. Aber er wird dich auch töten! Du bist ein Gefahr zu dir selbst und anderen! Stopp da! Kannst du nicht sehen, dass er ein Psycho ist? Geh weg! Du hast ihn töten! Oh mein Gott, das ist nicht passiert! Entschuldigung! Ich habe nur gehalten, ich habe getan, was ich tun musste! Lass mich dich zurück zu deinem Bruder! Genauer genommen haben sie auf uns geschossen, meine Liebe. Ich bin ein Accessory für Mörder! Nein, du bist nicht! Du bist ein Accessory für Selbst-Defense! Ich habe, wie, zu sein Witness, weil ich... ich, 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 ein Blöde gemacht habe! Du hast ein Blöde gemacht? Ja, ich, ein Blöde gemacht habe! Ja, ich, ein Blöde gemacht habe! Und das wird, wie, ich meine Testimonie inadmissible! Du bist nicht admissst, nichts! Es wird nicht ein Trial sein, wenn du auf einem Trial für ein Blöde gemacht hast! Nachdem du mir verletzt hast, verletzt mein Freundschaft, sie haben, und ich bin der Trial? Die auf die Trial! Sie haben angefangen! Und wir wären nicht in diese Böde, wenn du nicht mit einem Creepier-asssodischen Pornos-Defenschen und haben Blöde gemacht! Oh! Du wuchst hast, ich blöde, bis ich blöde, so das sollte eine Einzige in die Hoffnung und Honestung sein und Lass uns das und Pornos-Defenschen sind die beste Mannschaft, die ich mit sein kann! Pornos-Defenschen? Pornos? Was? There he is! Demme, you daybag! You! You fucking asshole! Listen, he's the fucking asshole, okay? He smashed my TV, and he took me to the beach. The beach. With my skin. So what, you sent him out to spoil my day too? I didn't know that he was gonna come get you, I just told him where you were. You know, he got that crazy look in his eyes, you know, like you get sometimes, and he just went. I'm getting a calf. I'm coming with you. How about I just drive us home? You ruined my life! And then we have to look at what happened here. Yeah, not really much. You know how to turn your brother on! Help, friend! Keep those goggles on, baby! Big Daddy is coming home! I'm really gonna go out there! So, so, so! Wie gesagt, und damit wird's dann, im nächsten Part geht's jetzt ganz normal weiter. War jetzt ein etwas kürzerer Part, aber musste eben so ein bisschen zusammengeschnitten werden. Denn ich wollte nur, dass ihr die Mission auf jeden Fall auch seht. Und dann sage ich jetzt wieder schönen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Part ganz nochmal wieder. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, tschüss.